Trotzdem, also das ist der Qualitäts-EA-Couli, ja, der schnackt so richtig schön. Und der Pizza-EA-Couli, ja, der ist schon voll ausgeleiert. Warte, ein EA-Couli? Warte, ist ein EA-Couli? Oh mein, oh mein Gott. Das war nicht so scheiße. Ich hab verstanden, EA-Couli. Naja, wer versteht das nicht immer heutzutage, ne? Du spielst ja irgendwo. Wenn sich halt die Coulis vermehren wollen, dann müssen halt EA-Couli ausballern. So, große Fresse am Schlüssel, 12-0-go-go. Mit 0-1. Hast du ja gesagt, große Fresse an der Schlüssel, oder was hast du gesagt? An der Schüssel. Am Schlüssel. Krass, naja, hab ich nicht gesehen. Ich hab's doch extra gesagt. Ja, ich dachte, okay, als ich gefragt hab, wo war er denn? Da saßt du unten auf der Straße. Ja, unten auf der Straße. Jetzt, just in diesen Augenblick, was soll ich dir noch sagen? Nächstes Mal sag ich wieder unter dir. Und dann sagst du, toll, hast du dir verraten, wo ich bin? Das hab ich noch nie gesagt, oder? Nein, wann, never. J-2. Oh, zwei bei den Containern. Das war ne dumme Idee. Okay, das soll ich nicht tun. Leute, der ist schon bei uns im Gang oben drin bei A. Wie ist der da hier vorbeigelaufen? Leute, der hat mich auch weggerotzt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ja, was heißt verarschen? Wie konnte der an dir vorbeilaufen, Jay? Hä? Ja, genau, der ist da hochgelaufen. Oh Mann, wow. Der hat mich. Ich wurde gemessert bei A, B, A, B oben. What? Oh, falsche Ecke. Der sitzt unten links, unten links. Deine Ecke sitzt der. Nee. Und dann ist er oben. Sebastian, Sebastian, ich hab's schon gesehen. Hau den weg. Sebastian, jetzt hau den weg. Nein. Man, der ist hier. Habt du denn die bessere Waffe gehabt? Bram, ey, du hast aber auch gezielt wie mit Control. Ja, ich hab wenigstens einen weggemacht, ja. Ich auch, ja. Oh, buckt, dass ich jetzt ein Eis, dass er zwei Kills mehr hat. Ja, und der ist weniger. Und ein der ist weniger. Diese völlige Ausrasterei. Was? Ja. Der ist auf, nein. Ja, der hätte ihn doch mal wegmachen können. Das war doch jetzt echt nicht so viel. Oh, Peter ist in der Halle und hat gewartet. Bram, du gehst mir hart auf den Sack mit deinen scheiß Plöten. Du plant den Kack immer direkt am Anfang. Was hast du denn dagegen? Das ist doch voll super. Der hat mich oben weggehauen. Der sitzt oben. Du willst nur noch Punkte haben, dass du vor mir bist. Du bist schwindelig. Ja, achten. Du hast Punkte, du machst auch kaum Kills. Selbst ich bin rechts neben dir gestorben, du Wixxer. Du kamer, der nicht gesehen haben. Du hast ja jetzt unten in Richtung uns am Spawn gelaufen. Du musst mich gesehen haben. Hab ich nicht, Mann. So, ich hab jetzt drei Kills geholt, du stinker, ja? Ich hab jetzt, ich hab hier mehr als du. Du schütz. Ich hab hier mehr als du. Ich hab gerade eiskalt gewecken lassen. Und Spaß, wir stehen nebeneinander. Ich werde weggemacht. Du bewegst dich nicht mal. Ich weiß, das ist Evolution, ja? Das Schlechte wird ausgesaugen. Das ist Evolution. Ich will dir gleich mal Evolution in ein Arschloch rein, ey. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Shit, was hier passiert. Seht ihr denn hier? Mensch, man ist siebenmal schon gestorben. Wie kann das eigentlich passieren, ja? Boah, du kleiner Lappen, ne? Dessert. Boah. Eingeschenkt, Junge. Du hast so nix, wenn du mit Jonathan enttäuschst. Da kriegst du nur aufs Fressbrett, weißt du? Der ist die Einsache. Spielst, als wenn du Rheuma hättest, Bram. Geh mal zum Arsch. Ne, Gischt, Gischt hat der. Ich darf hier so viel lachen, ey. Oh Mann, ey, meine Backen sind schon ganz... Boah, Bram, ey, Glückwunsch, du hast einen Assist mehr. Oh, du hast aber die Bombe geplantet. Toll, hat uns ja bislang drei Punkte eingeheimst. Aber gut, jetzt kannst du wirklich die Bombe nicht planten und uns das Spiel versauen. Oh, der sitzt unten bei B drin, jetzt auf dem Spot. Wow, richtig gut geschossen von mir. Nein, ich wollte mal noch einen Flasht. Oh nein, du hast das auch mal gemacht, ja. Nachdem ich es zweimal für dich geflasht habe. Großer Spot, ey. Boah, ey, Mr. Gicht. Mach mal. Viel mehr jetzt. Oh, guck mal. Oh, 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 der Bram hat schon einen Kill. Oh, jetzt hab ich wieder mehr. Nice, Mann, ey. Jetzt hab ich wieder mehr. Aber Bram hat mehr Punkte als du. Das stimmt, das zählt am Ende. Ja, wie gesagt, wenn er halt wie so ein Frätzchen immer direkt zur Bombe rennt. Ja, ey, meinen kann ich das. Ich kann ja nicht dafür, dass du selbst zu blöd bist, einen Koffer auf den Boden zu legen, ja. Ja, Bram, find erstmal heraus, dass Backfisch ist. Dann können wir weiterreden. Ja, kein Problem. Das ist Sache, die kriegst du auf der Kirme. Das schmeckt ziemlich lecker. Gibt es meistens mit Frischlärmchen dazu, du Lutscher. Ja, okay, es ist ein Insider, ist natürlich doof. Ohne Spaß, Jay. Wie konnte der schon wieder an dir vorbeilaufen? Was willst du von mir, Mann? Ohne Spaß, Jay. Wie kann der an dir vorbeilaufen? Wie kann der an dir vorbeilaufen? Alter, Junge, du hast die Gicht in der Fresse hängen, weil das ist ja ober-shit. Ja, jetzt kommt derselbe Spruch nochmal. Jetzt denke ich, doch komm. Du machst das, Christian, du machst das. Ja, die führst schon. Nein. Ja, aber das sind zwei, Alter. Ja, Bram snackt sich wieder die Punkte ab und sagt, Ja, jetzt hab ich 590 mehr als du und 2-Sists. Ja, ich hab 590 mehr als du und 1-Sists. Und 1-Sists weniger und 2-Sists. Und warum? Weil du scheiße spielst, ja. Mein Name hat auch ein Buchstaben mehr als 2-Sists. Mein, 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 mein. Oh, ich kann meine Sprache nicht kontrollieren. Ich kann meine Sprache nicht kontrollieren. Ich muss den ganzen, den ganzen, den ganzen, den ganzen, den ganzen wiederholen. Ihr Mund ist, ey. Ey, nee, 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 komm. So, Bram, den nächsten weg, ey. Oh, Bram, ey. Oh, der Bram, ey, der ist wieder ein Monster, ey. Also, Jonny, im Ernst, Jonny ist oben bei A. Außen bei A, B, außen bei B. Dieser Bram. Der war in der Halle, Jonny, jetzt. Ist aber irgendwie scheiße gelandet. Moment, Bram, hast du Wort gelegt? Wo, wow, da war er geskillt, ey. Leg mich am Arsch, Bram! Das sind 803... Wo, wow, das haben wir Oberleiter machen, Bram! Weißt du, was mich gerade wundert? Das war die Bustart, ich Bram bin, und ich wieder... P-P-P-P, das ist JJ, okay, Chris, äh, doch, Bram. Jetzt geht's los. Oh, Jay, das war aber fail. Komm, jetzt mach ich nochmal weg, oder kriegst du das nicht hin? Scheiße! Nice, Jay! Richt'n Tier, Junge! Rausgeholt, bis zum Gehirn nicht mehr! Ich finde halt gut, dass unser Team so gut zusammenhält und sich gegenseitig motiviert. bram ist scheiße jack kann nix in dem game bram ist ein richtiger lappen und er ist silber 2 eine silber eins das stimmt nicht gewesen war den ein weg zu machen noch guter johnny gemessert ist ja gewohnt beim bram dass man halt ein trippel immer macht bei ihm und dann hast du noch zwei assist noch und ich sterbe nicht so oft wie du und vor allem ganz wichtig ich habe immer vier punkte mehr als du weil du nappen bist ja wenn du ein paar bomben geplantet hast gezet bin ich der letzte ja ja bist du schon der letzte oh ich dachte du reißt runter das gibt's doch nein nein wenn jemand noch schlechter ist als bram dann ist es dennis d punkt hartwig ich habe 920 punkte die kamen als zweiter als dritt als vierte auf dem server so eine große fresse haben ja das ist der shit weißt du bist nicht nur auf dem treppchen du lutscher ja ich bin hier auch vierteile in der smith du bist vorher letzter du bist vorher letzter ich hab dich redakt hat ihn nur nicht in die richtung nein ich hab grad echten hatten in der hose weil ich für ein tier bin im gesetz zu dir obwohl du behafer bist brauche ich jetzt eine marihuana auf der stange außen alter der bram ist so gut ich weiß ich finde das ja schön ich werde auf jeden fall so ein soundboard machen so ein soundboard ja wo ich die ganze zeit so brauche bist du geil brauche bist du geil brauche nicht da machst du mir schon brauche ich das macht sagt der jay für mich das ist ja das schönste daran das ist ja auch noch auf band ist ja das kannst du haben oh harry heißt aber du war ja gar nicht so verkehrt mittelgang nach oben die möglichkeit ins puppenhaus zu gehen oh gott gemessert und er muss sich gerade machen sorry der ist untermuttenhaus in der mittelgang schaffst du das auch mal ja vielleicht macht ja dann harry jetzt noch ein bisschen was für mich ich müsste jetzt mal ich muss eigentlich noch ich muss eigentlich einhändig zocken moment ich muss einhändig zocken das kannst du mit den pfeiltasten da hinten jetzt fliegt aber der harry ja weg ich finde es immer wieder genial wie sehr andere leute inspirieren und führen ich hätte davon gerne ein lied ja aber so ein technolied ne liest der jetzt die ganze zeit nur da rum und drückt diesen behinderten knopf er muss also schicke ich dir direkt zu bram ne ja schick mir dein whatsapp zu mach ich mir als whatsapp sound aber immer wenn ich anrufe möchte ich das hören immer wenn immer wenn du egal wo in whatsapp schreibst geil und noch einmal weil es so schön war handy ist aber nicht so kannst du auch noch schreiben bitte dass du nur vierte auf dem server bist das gefällt mir lass das mal durchlaufen ich finde es faszinierend dass die audioaufnahme tatsächlich weiß wie ich heiße und den ich erst mal suchen muss aber wenn ihr diese wenn ihr diese aufnahme haben möchtet müsst ihr nur 11 833 an die audio spara wo kostet nur fünf euro im monats abo vielen dank auf jeden fall wenn du zuschauen lasst doch mal einen daumen nach oben da bis zur nächsten folge und ne scheißrunde scheißfolge stell dir mal vor letzter oh was denn ach so ach so ich bin das ein bürchen abzudenken wir sind das neue rtl team ach du hast es aber auch drauf an hier einen nach dem nächsten rauf zu hauen oder ja das sind doch so kleine bäuerchen das wär nichts besonderes das staut sich peter gleich gehts los oje oje das war nur taktisch ach du bist ein idiot ach 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 ich trinke halt gerade gar nicht richtig ich muss da auf den schreck vertrinken ach ach ich bin der bürchen ach ach das ist doch Wirklich bei 0 0 0 0 0 0